Ja, natürlich wächst da das eine oder andere, das ist doch klar. Wenn du in eine Situation kommst, wo Virus in Befinden, dann wächst da etwas. Und das versuchen auch dann intern so hinzukriegen, dass das auch nach draußen kommt. Und das sehe ich auch zurück in die Spiele, dass die Jungs, das habe ich auch immer gesagt, versuchen alles zu geben. Aber dadurch machen sie auch in bestimmten Situationen Fehler. Aber dass da etwas gewachsen ist, das glaube ich schon. Es wäre auch nicht gut, denke ich, wenn sie in dieser Situation befinden. Normalerweise ist es dann doch etwas unruhiger in der Situation mit Spielern, Trainern oder wie dann auch. Und hier ist es, denke ich, von Trainerteam aus. Und als Spieler ist es doch ruhig gewesen. Und manchmal wird es auch immer so unruhig. Aber das sind immer Momente. Aber sie wissen, die Spieler, wie wir als Trainerteam zu der Mannschaft stehen. Und ich denke, dass das immer wichtig ist. Und ich denke, dass das immer wichtig ist. Vielen Dank.